Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit DarkFenix1916. Wir spielen RageMod auf dem Gongradierkund Netz-Server. Es ist 0.20 Uhr und uns juckt es nicht. Unten rechts seht ihr übrigens mein Live-Counter gerade eingeblendet. Ich habe zur Zeit 99 Abonnenten. Riccardo. So, ja. Und jetzt spielen wir noch eine RageMode und gucken auch wieder dieselbe Web weiter. Da hat es natürlich nicht gefunden. Oh Gott. Warte doch. Ab ihn. Ach komm Alter. Lol, ich bin gespornet. Spornet war das ein Tod. Kabine. Lol, da liegen wir einfach drei Äxte. Hä? 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 Ich konnte ihn einfach nicht treffen. GG. Der hat Dauerhaft bis Freund für... Mh. Hup. Hup. Wp. Ah, guck mal, dass wieder sich das Divi in der Runde... Hä? 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 Der hat um die Ecke geschossen, Leute. Hab ihn. Schnell. Wp. Hey, guck mal hinter dich. Ich hab den anderen aus der See getroffen. GG. Oh, die werden nur gehackst. Dude. ich glaube ich sehe dich da hinten ne das bist du nicht aber der hat mich umgebracht alter der typ ist so krank wenn man blockt kann man einfach die achse blocken wenn ich mal jemanden nachster wofen ist einfach loben ok jombo nur die blöcke die durchgängig alter jombo er ist das nicht nicht nur die runde die runde ging gerade mal hättest du jetzt oder wird auch gar die Runde ging zwei Minuten und hier ist Video ok nächste Runde so nicht wundern Riccardo heißt bei mir nicht Duck Phoenix sondern Riccardo einfach nur ähm ja dann starte ich die Runde hoffentlich mal und ach Junge das fackt mich voll ab dass Enderkolf nicht startet ey 5 von 7 ha lell vergaat vergaat man also ich kann ja nur mal starten hier da haben wir noch keinen hm so perfekt jetzt die Autopausen mit Oberst was ist ich guck mir das nachher nochmal im Schnitt an ich höre dich richtig schlecht könnte daran liegen dass ich meine ähm also meine Lautstärke relativ leise habe oder keine Ahnung so ok 14 Sekunden noch 8 8 7 6 5 4 3 2 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 ich bin tot ich brenne hab ein hab ein ich brenne immer noch und dann gehen drei Leute auf mich rauf Hab einen, hab einen. Komm, auch hier. Kommt man so einen Metapole hin? Loll, tschüssi. Ach, tot. Ach, ne, nicht hab meine Axt. Oh, Junge, so ein Bostwärme. Loll, die Axt ist schon lange vor mir aufgekommen, hat mich trotzdem gekühlt. Ey, als ich wird durchgängig gekühlt. Schon wieder. Ey. Und jetzt wird mir ein Küwi abgestockt. Wahrscheinlich eh von dir. Da bist du. Alter. Mann, kann ich nicht einmal die Kühe? Nö, du stoppst meine Kühe. Die andere Storben, deine Kühe ist ja. Ja, wir sind... Ich bin nicht... Mann, das gibt es nicht. Oh, Junge, der Typ bau spammt so hart. Ja, genau. Ich bin nicht auf. Hier kommt halt Axt. Ey. Ey. Ich werde durchgängig gekühlt, alter. Und schon wieder tot. Boah, alter. Ich spawne. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ist geil. Ich hab nur Axt. Du als Waffe die Axt. Selbst... wieder mit. Ich hab mal bei ihm. Okay. Ich weg ist ins Mordrift, ey. Wie muss man dieses... Dings typen können? Den ersten. Du! Ich schieße die... Ich schieße die... Meine Reihe wird ums Wochen, weil die... Oh Gott. Ein Kill. Mir fehlt ein Kill. Ah, schade. Ich hab ein Kill. Ein Kill und ich hätte Gottes Licht machen können. Ich hatte 17 Kills, aber 23 Tote. Ich hatte 23 Kills, 19 Tote. Okay Leute. Das war's mit der Vergessen. Denken wir mal. Schaut auf... EnderCraft mal vorbei. Spielt auch mal auf Gomma. Und dann auch. Tschau. Bis zum nächsten Mal.